eine Ecke noch nicht gewünscht er ist ja nicht schwer oder auch schon mal super zu wissen das Prozent dass man hier nicht wiederbelebt werden kann wenig gegnerische Panzer jetzt schon im kritischen Bereich ich muss rückzug mich zurückziehen ich bin noch grad schon weggefahren wir schaffen dieses kackteile nie muss man jetzt nur mit strategischen sinne dran gehen und versuchen unsere 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 fähigkeiten gezielt einzusetzen das tue halt bei menschen extrem viel mit dingensmaß oder beziehungsweise ich auch mit dann kann sich jetzt schon auf gelb was ist das scheiße auf dunkel geht wird wird es irgendwann wieder heller meiner gelb ok der heilt sich auch mal wieder aber ok wenn er auf gelb wird oder so dann solltest du mal ein bisschen abstand nehmen ok sollte ich kommt nicht klar mit dem Panzer aber mit der Lenkung weiß nicht damit echt Probleme oh 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 der wird bald orange wow wie sie mich immer noch treffen meiner weise ok der gegnerische Panzer ist kaputt schon mal ich hab auch drauf geschaut trotzdem aufpassen zeigen jetzt nur eine scheiß sicht aber mit rechten maus das ist ja super äh 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 nach rechts ja mein Panzer ist gelb pang machst du überhaupt mal ein kill alter ähm lol dass sie mir nicht gezählt werden ist ja auch lustig naja du machst nur kids ähm wenn ihr die auch trifft die treffen nur wenn du genau der Brot eine Zeit kriegst vom Gegner ich muss wegfahren kommt ein gegnerische Panzer und um den kann man mich hier zu naja schon hier geht den ein ja aber ja auf der Karte es liegt so an oder fand ich noch eh noch da kommt 2 3 der ist ausgeschalten der ist ausgeschalten au da hab ich ein paar auf den Nüsse gekriegt schön in Deckung gehen schön in Deckung gehen schön da ich irgendwie kurz festhänge aber ich muss abhauen ich muss abhauen ich muss abhauen ich muss abhauen ich weiß nicht was auf mich schießt einfach ein Panzer oder das komische paketen abwertigen aber es trifft mich jedes Mal ja mal gucken wo die schüsse bis dahin nicht ankommen das ist ja super sehr super du sagst einfach mal nichts ne ne bis hoch konzentriert ja klar ich bin ja auch sonst wo au ich krieg von frontal einen ab von wem von dem da hinten oder was ja von dem da hinten ja von dem da hinten endlich ja du hast ein schön Flammenwerferpanzer au Tom warte Tom weg nächsten Turm nächsten Turm oh Panzerwahn ist richtig freudig extrem gewöhnungsbedürftig würde ich mal sagen ja irgendwo ein gegnerischer Panzer und irgendwelche Typen die mehr Panzer da oben und ja der ist tot gut danke bitte mach's nächster Panzer und tot mit denen los kaputt und das ist einer von uns ab und zu ab und zu mal ein bisschen Flammenwerfer spielen aber für dich wäre bestimmtes Spiel World of Tanks war's schon gespielt schon gespielt muss ich Panzer fahren werden ja das ist ein Panzerspiel ne danke ich habe ein Panzerspiel eigentlich ich habe ein Panzer fahren irgendwo gemacht ich auch ich auch warum da kann man nicht mit dem Panzer ja kann schon viele Menschen ganz schön vielleicht und in den anderen Modus noch aber in anderen da wieder heißt das schürt das schürt die russen kommen ich will es gar nicht ich glaube wir sind wir sind russen ich weiß gar nicht wohin ich wollte weil ich ja abgeschossen also ich fahr gerade zu viel vor tut mir leid ja guck dir mal hier die rechte Seite an wir raten mal um mich vorfahre ja wir müssen die aber töten ne müssen tun wir auch nicht wir müssen die Missionsziele machen und solange du nicht von denen abgeschossen hast ist eigentlich alles happy ne ich fahr dir jetzt alle um was kannst du machen ich bin hier hinten endlich mal einen kurzen Moment äh in Ruhe gelassen und töte schon mal ein paar Panzer voraus weil die zu doof sind um mich zu töten na gut ich hab nichts gesagt ich hab nichts gesagt tut mir leid oh 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 ich komm mit der Störung des Panzers irgendwie rückwärts nicht klar ich fahr grad alter musst du aufpassen hier sind Raketen einfach oh da hast du schon drei gefangen fangen oh warte ich fahr vor mit'n Flamm auf Werfer Panzer ablos nicht grönen lassen ich glaube wir müssen gar nicht hier lang ne doch müssen wir irgendwie müssen wir doch ich sehe schon mal den nächsten Panzer auf der Karte warte auf mich jo wo ist der Panzer auf der Karte warte auf mich jo wo ist der Panzer ich glaube wir müssen ja hier lang wo ich bin ja ich kann ja nicht drehen in 20 Zügen ne ne mal gucken ob ich beim überfall ne kannst du nicht hab ich hab ich mir grad eben auch gedacht oh fuck ey ich hab mir wart auf mich rückwärts zu fahren ach so gut grad dass artillerie kommt ich hier den rückwärtsgang hier von habe ja einfach nur es drücken ne ich muss schalten den rückwärtsgang achso oh es geht nach unten ab ja und ich dachte du würdest ich dachte du würdest jetzt die Berg runter rasen nein man mit dem Panzer das war gar nicht so doof die Idee ja wenn man sterben möchte hast du recht ich sag mal so in Bewegung sterb ich weniger als in den Stillstand ich kümmere mich um die Leute oh ich kümmere mich um die Schuss Panzer Autsch habe ich einen geflankt bekommen da ist noch ein Panzer Alter Panzer wieviel hältst du denn aus? mach nen Abflug du ich glaub du musst dich ja gleich mal an die Leute kümmern wenn ich hier in den Berghof fahre seh ich nuscht mein Rohr guckt dann so in die Luft das sah jetzt aus warte warte oh der den heißt wir haben weggeblasen den genauso ja ich kann da nicht mal mit meinen Flammen herfallen weil ich da ne Luft heite warte solange mal die Panzer da eben töten so komm mal weg weil weil die Personen da stören jetzt nicht so ätzend die müssen wir aber auch töten jaa gut das über müssen müssen wir nochmal bereden ist ja gut hat noch kurz gelackt ja aber wir müssen mal gucken die Leute mal wo sind die ne auf dem Berg sind sie ne da leben noch welche so der ist tot oh die sind alle tot um wir na auf der Karte sind ein Poppinschen aber warte so kannst du den Berg hoch wo denn hier fahren da sind wir noch so jetzt kann ich mit einem Flammenwerfer warte ja heiz wieder eine Luft du so die sind jetzt alle tot na fast ziemlich schnell wird die waren sie also rückwärts weil mich vorwärts ja auf einmal ja du musst mit der Maus noch denn dein Rohr drehen ne also wo kann man denn hier lang eigentlich erstmal eine fette Runde drehen kein Problem wenn man sich mal vorstellt ne wir hatten mal Teamkollegen und die sind alle tot jetzt ja echt jetzt wir sind Kameradenschweine naja oder die Dianer fährt nicht mehr ja wir haben es auch schon geschafft habe ja fast ein alter Lede machte ja ja ne es geht doch noch weiter scheiße ne ist fertig wie sieht denn der aus der hat so ne Nase wie du hier hast ja nicht ach sei leise hier steine kitzeln die steine kitzeln die steine kitzeln so haben wir geschafft boah ja ich habe immer jein also ich habe schon die Hälfte von denen also fast die Hälfte ich bin immer noch nicht aufgestiegen was ist denn das für eine Wichse ok gut ich würde sagen Schluss für heute ich krieg schon wohl auch keine EP dazu ich glaube das ist wirklich nur dass du EP kriegst wenn du die Herausforderung abschließt das ist jetzt die einzige logische Schlussfolgerung die ich gerade habe bei dir nischt logisch natürlich glück und ein alter erziehen die mindestens 80.000 in dieser Mission tja und wie viel habe ich jetzt eben gehabt 19.000 ja ist ne Menge ja verstrichen ja gut ich hatte von 80 ich hatte 30.000 naja bitte fast geschafft ja fast aber gut dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuschauen man sieht sich im nächsten Part wieder machts gut mit tschüss tschüss Bis dann